Sie fragen sich gerade bestimmt genau wie ich, wie funktioniert eigentlich E-Mail mit T-Online? Also das, müssen Sie sich vorstellen, ist T-Online. Und das ist eine Nachricht, die Sie jemandem schicken wollen. Ja, und schon gibt's eine Antwort. So einfach ist das. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Sie brauchen keinen Vogel zu haben. Sondern einfach nur T-Online. Deutschland geht T-Online. Gehen Sie mit. Deutschland geht T-Online. Gehen Sie mit. Erleben Sie mit dem größten deutschsprachigen Online-Dienst einfach alles, was das Internet hergibt. Zu Tarifen, die es nur bei T-Online gibt.